Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard101. Ich befinde mich immer noch in einer sehr frühen Aufnahme-Session hier frühmorgens. Schön, dass ihr dabei seid, auch wenn wir jetzt hier nur ein paar Straßenkämpfen machen müssen. Wir sind es ja gewohnt, ne? Oha, Gift-Grade-Salz haben 3800 Lebenspunkte. Hatte schon, ich habe den Namen vergessen, sorry. Es schreiben so viele Leute Kommentare. Hatte jemand anderes kommentiert, dass in Chrysalis die Straßengegner so um die 6000 Lebenspunkte haben? Das ist natürlich ziemlich hassi. So, ich wollte noch ein paar Kommentare vorlesen, Leute. Und da ja auch einige Leute dabei sind, das habe ich auch schon in der vorletzten Folge gesagt, die neu sind. Die auch nicht alle Folgen geguckt haben. Und ich immer wieder die Frage bekomme, kannst du mich mal grüßen? Ich habe vor einigen, einigen Folgen, vor ein paar hundert Folgen, habe ich immer alle Leute gegrüßt. Das war vor allem, hatte seit Hochzeiten, als ich in Malibon war. Und dann habe ich die Leute gegrüßt, der Reihe nach. Ich habe mir aufgeschrieben, wer alles gegrüßt werden will, habe die ganzen Sachen vorgelesen. Zum einen gab es dann immer Beef in den Kommentaren unter den Videos. Ey Leute, was bringt euch das immer gegrüßt zu werden? Und ihr seid so behindert, so diese andere Fraktion, die dann die anderen Leute dafür angemacht haben. Auch blöd. Ähm, ja und die Leute, die ich dann vergessen habe. Ey, ich sagte schon so lange, dass du mich grüßen sollst. Und da kommen immer und immer mehr Leute, die gegrüßt werden wollen. Und es gab immer irgendwie nur beleidigte Gesichter, sodass ich es irgendwann gelassen habe. Was auch irgendwie ein bisschen Quatsch ist. So, und seitdem grüße ich keinen mehr. Die Alteingesessenen wissen das schon längst. Ähm, aber viele Neue wissen es noch nicht, ne? Also sei das gesagt, ich grüße keinen mehr aus genau diesen Gründen. Ich grüße vielleicht noch jemanden aus dem sonnlichen Anlass. Aber, ich meine, was soll das? Ist doch irgendwie albern, oder? Oder diese Grüßerei? Ich lese nach wie vor alle Kommentare, dessen könnt ihr euch gewiss sein. Okay? Nur zur Info. So, aber ich wollte jetzt ein paar Kommentare vorlesen. Roman Poller hat schon... Anneln, der schreibt zu, ähm... Everybody's Gone to the Rapture. Spiel, das ich jedem empfehlen kann. Hab ich darüber schon gesprochen. Everybody's Gone to the Rapture läuft gerade auf meinem Kanal. Kann ich extrem empfehlen. Da passiert nichts, keine Angst. Keiner wird erschossen. Ähm, jemand wird aufgeschleppt. Das kann sich jeder angucken. Ist halt eher eine Geschichte, die erzählt wird. Walking Simulator, so ein bisschen... Spielerisch gibt's für mich da nicht viel zu tun. Aber es gibt eine interessante Geschichte, eine etwas bedrückende Geschichte zu entdecken. Guckt's euch an, wenn ihr gute Storys mögt. So, dazu schreibt... Roman Poller, zur letzten Folge, blutige Taschentücher. Wow, das ist das einzige Blut, was man bisher sieht in dem Spiel. Bin echt gespannt, was da los ist. Und freue mich schon auf den nächsten Part. Das Spiel scheint zwar ungewöhnlich, aber hochinteressant zu sein. Und es macht echt Spaß, dir zuzuschauen. Auch mit Facecam. Wie gesagt, ich mach es jetzt öfter mit Facecam. Versuch jetzt sogar fast immer mit Facecam zu machen. Weil, wir müssen mal... Ich hab's mir jetzt mal so vorgestellt. Es läuft auf meinem Kanal nicht besonders gut. Nach fünf Jahren... Nach dem Kampf fliegen die Giftquetzals in diese Höhle dort. Vielleicht bewahren sie da ihre Fundsachen auf? Nach fünf Jahren aktiv Let's Plains. Und nach fast zehn Jahren Kanal killt Kaios. Hab ich sechseinhalbtausend Abos. Das ist ein Witz. Wirklich, ist einfach so. Auch wenn's für manche von euch viel klingen mag. Deswegen hab ich gedacht, was... Was gucke ich mir eigentlich an? Was gucke ich mir eigentlich an? Bei welchen Let's Play Sachen bleib ich hängen? Ich gucke mir keine Let's Plays mehr an. Großartig. Wo keine Facecam ist. Weiß auch nicht. Ich find's irgendwie nicht mehr so spannend. Es sei denn, das Spiel interessiert mich brennend. Dann gucke ich mir trotzdem mal an. Aber so ein reguläres Let's Play. Wenn jemand hier doch eine Facecam hat... Hallo! Dann bin ich schon eher geneigt, hängen zu bleiben. Zu sagen, oh ja, interessant. Jetzt seh ich noch diesen Typ oder diese Frau. Gibt's ja eher seltener auf YouTube als Let's Playerinnen. Die das da machen. Gucke ich mir gerne mal an. So, wir gehen hier direkt in den Endgegnerkampf. Oh, Moment. Ganz langsam, ganz langsam. Jetzt wäre ich fast mit dem Hauptkartenspiel reingegangen. Weil ich wieder so viel labere. So. Auf geht's. Ich werde diesen Kampf unterbrechen. Und dann in der nächsten Folge fortsetzen. Diesmal ziehe ich es nicht durch. Denn ich muss mal wieder ein paar Folgen produzieren. Ganz ehrlich. Sonst gibt das keinen. Sonst sitzen wir bald auf dem Trocknen. Ich bin schon wieder nicht als erstes im Kampf dran. Schade. Deswegen, um nochmal von dem Thema zu reden, von dem ich gerade eben gesprochen habe, produziere ich mehr Dinge, die ich mir selber auch angucken würde. So zusammengeschnittene Sachen gucke ich mir gerne an. Let's Plays mit Facecam gucke ich mir gerne an. PewDiePie gucke ich mir gerne an. Der macht es richtig. Kein Wunder, dass der Junge 45 Millionen Abos hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich bei PewDiePie abgucke. Auf keinen Fall. Weil ganz so möchte ich es nicht machen. Und bekomme ich es auch nicht hin. Aber im Kern macht er es schon einfach richtig. Es ist sehr unterhaltsam. Kurzweilig. Aber dann spielt er zwischendurch auch tatsächlich Let's Plays, die über 20 Minuten Parts voll machen pro Folge. Denke ich so, okay. Klappt trotzdem. Läuft bei dem. Das gucke ich mir zum Beispiel auch gerne an. Und es gibt noch viele andere Leute, die ich mir gerne angucke. Und ja, auch hier so ein Quatsch, wie ich ihn mache. Terrible Okay erklärt. Ich persönlich finde es sehr lustig. Ich muss mich konzentrieren. Und sowas würde ich mir selber auch angucken. Yes. Ich gucke mir zum Beispiel auch sehr, sehr gerne die Videos von David Hain an. Von seinem Kanal Behind. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Fast jedes Video, das er produziert und veröffentlicht, ist sehenswert. Boah, was war das denn jetzt? Wirklich, der Junge, der Junge, der gibt sich richtig, richtig viel Mühe. Und den kann ich einfach nur bedingungslos empfehlen. Der macht einfach genau sein Ding. Der macht genau das, worauf er Bock hat. Und nicht regelmäßig. Der macht es auch nur dann, wenn er Zeit hat. Ich meine, der hatte vorher schon viele Abonnenten, ne? Der David Hain. Und Fuck, irgendwie hier, oder? So, da kann jetzt schon als nächstes Seyfried kommen. Der kann es sich natürlich erlauben. Der hatte schon über 250.000 Abonnenten vorher, glaube ich. Und als er, als er seinen Kanal umgebrochen hat, quasi, als ein Umbruch stattfand. Und ja, deswegen kann man das auch dann machen. Und sagen, ja, alle zwei Wochen kommt mein Video und es läuft gut. Und die Videos sind einfach klasse. Der gibt sich sehr viel Mühe. Und solche Videos würde ich auch gerne machen. So richtig aufwendig, aufwendige Videos. Aber da hapert es tatsächlich ganz einfach an der Technik. Ich habe nicht so eine coole Kamera und auch nicht so gutes Schneideprogramm. Kann mir beides auch nicht leisten. Deswegen, so toll wird es da nicht. Also, so wie bei ihm. Aber, irgendwann, weiß nicht, wann ich damit endlich loslege, werde ich auch etwas aufwendigere Videos produzieren. also abseits von Let's Plays. Ja, muss mal gucken. Ja, Leute, wird schon. Auf diesem Kanal wird einfach noch viel passieren. So, jetzt muss ich aber mal langsam irgendwie loslegen. Dann kriegst du einfach jetzt schon mal ein Täuschen verballert. Verpasst. Ich hätte jetzt gern ein Ifrit. hab leider keinen mehr als Goldkarte. Oh, kritisch. Warum stand da nicht kritisch geblockt, Mann? 726. Leute, ich sag's euch, das geht nicht mehr lange gut. Mir wird dermaßen viel abgezogen inzwischen. Endlich. Endlich. Viel zu viel wieder, glaub ich. Ich glaub, ich hätte mir eine Klinge auch sparen können. Aber egal. leck mir die Füße und ich glaub es nicht. Hey, das ist doch nicht wahr, oder? Ich find das einfach mega unfair. Das macht mich so sauer. Das macht mich so sauer. Naja, dann widmen wir uns lieber noch einem Komt, ha? Ob, wenn ich das hier echt im Auge behalten muss. Ah, fuck you. Mach ihn fertig. Zwar ohne Faust, aber es wird schon gehen. Das hört sich, boah, alter Schwede, wie viel ballern die eigentlich immer auf mich drauf? 971. Ich kann jetzt gerade nicht vorlesen. Ich muss mich hier drauf konzentrieren. Gut. Moment, Moment, Moment. Wir haben die geschärfte... Hallo? Ach, das ist von meinem Haustier. Gut. Ich werde mich jetzt erstmal heilen. Ach, ich hätte mir auch mal ein Schild machen können erstmal. Hm, Konzentration, Chaos, echt. Sonst machst du hier nur Murks. Kritisch. Danke. Ja, super. Ja, super. Ah, er setzt aus. Das ist sehr, sehr gut. Freut mich. Müssen wir uns nicht. wir müssen uns ja echt schützen vor dem, ne? Irgendwie hauen seine verfluchten Angriffe richtig rein. Aber das ist jetzt ein normaler Angriff, minus 70%. Das können wir gut wegstecken. Ja, das ist natürlich witzig. Ach, es ist witzig. Es ist so lustig. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Macht's gut. Ciao.